Hallo zusammen Leute, zur herzzerreißendsten Karriere ever in F1 2020 mit dem Renault geht es heute zum großen Preis von Belgien mit einem komplett neuen Paket, also mit einem komplett neuen Auto. Wir werden alle Teile neu einbauen, haben wir beim letzten Grand Prix vollkommen versagt. Das Benzin hat nicht gereicht, die Teile waren nicht gut genug und wenn wir mal auf die Entwicklung schauen, dann sehen wir, dass da echt ein Trend vorhanden ist. Mercedes hat zwar auch entwickelt, Red Bull zum Beispiel hat ganz, ganz schlecht entwickelt, die sind quasi Stillstand, da geht gar nichts voran. Aber wir haben da tatsächlich eine sehr gute Entwicklung hingelegt über die Saison, wenn wir das jetzt noch steigern können mit den neuen Komponenten, die wir jetzt dann einbauen. Aber jetzt kommt erstmal die Saisonpause gleich und wir kriegen noch ein neues Strapazierfähigkeits-Upgrade, das werden wir jetzt gleich mal hoffentlich einbauen. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Und natürlich muss wieder ein Strapazierfähigkeits-Upgrade fehlschlagen, das wir jetzt mal nochmal neu entwickeln müssen. Die Saisonpause ist vorbei, das Upgrade ist jetzt auch eingebaut, das fehlgeschlagen ist. Wir haben 1400 Punkte, das heißt wir gehen da nochmal rein und wir werden dieses Mal am Chassis was machen. Und zwar machen wir die Heizdecken, die habe ich schon im Visier gehabt, 16% Fehlschlagrate ist okay. Und wir können dann das Qualifying komplett überspringen, denn wir bauen neues Getriebe ein und machen den Motor komplett neu. Und dann haben wir eine Last to First Challenge mal wieder in Belgien. Und wir gehen direkt rein zum Rennen. Leute, es regnet. Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel 1 Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde sechsmal vom legendären Ayrton Senna gewonnen und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte. Es ist nass. Nämlich seinen Premieren-Sieg hier in den Adennen. Jetzt müssen wir hoffen. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Um da fortzuschießen. 200,56 Punkte. Die Startaufstellung. Wieder bei den Mercedes. Und Louis Hamilton macht die erste Reihe komplett. So, und Riccardo. Auf der drei. Riccardo, Arben, Sebastian Vettel und Sainz, Leclerc, Perez, Norris und Lance Strong. Rai Köhnen, Verstappen. Verstappen auch. Kildstrafe. Und Magnussen. Grosjean, Russell, Nicola Latifi und Dani Quert. Und da stehen wir. Nicht mal ganz hinten. Nicht mal ganz hinten. Hä? Vor allem, weil wir viel auf Fett fahren werden. Wir werden relativ viel Sprit rausballern, um zu überholen. Und jetzt schlägt uns das Spiel vor, dass wir auf den Soft starten. Und es regnet eigentlich. Es regnet eigentlich. Aber irgendwie sehe ich da nicht so viel Regen. Aber was soll's. Wir werden mit den Soft einfach starten. Und wenn wir hier schon mal Regen haben, dann haben wir eh nicht so viel Grip. Dann werden die Soft-Reifen, denke ich, ganz gut sein. Wir starten rein. Gut durchkommen heißt es jetzt. Kein Mist machen dieses Mal. Für die WM. Let's go. Oh, es ist sehr nass. Es ist sehr, sehr nass. Ganz, ganz schwierig zum Wegkommen. Oh, sehr rutschig. Und da fliegt der erste Flügel. Das sah nach einem Williams aus. Oh, kleine Kollision. Mit Quiat. Oh, zu zweit durch Urusch. Das ist ein bisschen gefährlich, Leute. Wir haben gelb schon. Der erste Abflug. Oh, heftiger Einschlag. Heftiger Einschlag. Das sah heftig aus. Lance Stroll. Das sah ganz, ganz übel aus. Hoffentlich ist da niemand verletzt. Junge sah das heftig aus. Safety Car direkt. Schauen wir gerade nochmal drauf, was den Crash hier ausgelöst hat. Den heftigen. Die beiden Racing Point betten hier durch Urusch durch. Und da kollidieren die zwei. Und Stroll fliegt da ab. Kommt wieder auf die Strecke. Und da gibt es einen richtig harten Crash. Oh, das war ein richtig harter Abflug. Und da steht Russell. Der ist ihm da irgendwie hinten drauf gefahren. Also er kommt da halt richtig unglücklich zurück auf die Strecke. Und dann zerfetzt ihm so richtig die Hinterachse. Zerfetzt ihm da. Und da kriegt eigentlich... Das müsste Magnussen sein. Magnussen. Ja, müsste Magnussen, glaube ich, sein. Der hier voll den Flügel abbekommt. Aber im Auto hat sich nichts... Hat keinen Schaden. Nur hier Russell. Der ihm hinten rein donnert. Und zerfetzt ihm da das Heck komplett. Also das wäre wirklich nicht gut ausgegangen. In der Realität. Schauen wir nochmal auf Russell. Wie er das Heck hier abbekommt. Oh ja. Da hat er Glück, dass er nicht Vollgas noch in die Reifenstapel hier reindüst. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir jetzt direkt gleich reinkommen. Zum Boxenstopp. Kommen wir direkt rein zum Boxenstopp auf die H. Das wäre aber eigentlich zu früh. Das wäre viel zu früh. Es würden die Hardreifen wahrscheinlich nicht durchstehen. Wir werden es jetzt mal abhängig davon machen, was die vorderen Kandidaten hier unternehmen. Ja, es bleiben alle erstmal draußen. Ah nein, Raikönnen fährt rein. Ne. Der Teammate von Raikönnen fährt rein. Also ein Kollege, der jetzt den Boxenstopp wagt. Also wenn das Safety Kais nochmal eine Runde draußen bleibt, dann wäre tatsächlich die Überlegung, ob wir jetzt auch auf die Medium gehen. Ein Giovinazzi hinter uns hat jetzt die Medium Reifen draufgepackt. Das wäre tatsächlich jetzt die Überlegung. Ja komm, wir machen das. Das Safety Kais wird nochmal eine Runde draußen bleiben. Damit können wir eigentlich auch wieder aufs Feld aufschließen. Haben dann relativ frische Medium. Und mit denen... Oder müssen wir die Hard nehmen? Ja, wobei mit dem Medium werden wir nicht ganz durchkommen. Komm, wir nehmen die Hard. Wir nehmen die Hard. Wir gehen jetzt auf die Harden Reifen. Die müssen eigentlich bis zum Ende halten. Mit denen tun wir uns jetzt zwar schwer. Aber die Distanz schaffen die auf jeden Fall. Und dann war das unser letzter Boxenstopp. Reifen sind jetzt natürlich sehr, sehr kalt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal die ersten paar Runden ein bisschen Halbgas machen. Alle anderen sind eh noch auf den Soft. Die müssen alle noch reinkommen in die Box. Das könnte der große Tag für Renault werden. Wir werden jetzt keinen Mist bauen dieses Mal in diesem Rennen. Sprit haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt geht's weiter. Und Bottas skippt die Pace vor. Jetzt ganz vorsichtig. Es ist nass. Es ist nass. Einfach vorsichtig jetzt dem Feld folgen. Junge, das ist echt richtig tricky. So merkt man halt die Performance auch noch nicht vom Auto. Denn wir haben alle neun Teile drin. Alle neun Teile sind eingebaut. Die können jetzt natürlich nicht glänzen. Hier im Regen. Das ist sehr, sehr bitter jetzt. Wir sind in Runde 6. Und Latifi ist jetzt zurückgereicht worden. Vom Alfa Romeo Fahrer. Latifi ist jetzt der erste Kandidat, den wir jetzt direkt knacken können. Und es regnet nicht mehr. So langsam kommt jetzt die Performance raus. Das Renault. Und Riccardo an der Box. Jetzt kommen die ersten Boxen-Stops. Einen Platz haben wir jetzt wieder gut gemacht. Und jetzt hinken wir nicht mehr so krass hinterher. Wir hinken nicht mehr hinterher. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt langsam haben wir Grip. Da ist es, der S. Riccardo überholen wir jetzt. Wieder verbremst. Reifen haben wir noch nicht so viel Grip auf der Vorderachse. Ein bisschen später auch gebremst. Und jetzt haben wir eventuell gleich das DRS gegen Giovinazzi. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen gedulden. Also er ist schon mutig hier auf die Medium zu wechseln. Aber er bahnt sich jetzt seinen Weg hier durch. Und ist vorbei an Gasly. Gasly schnappen wir uns jetzt. Was sagen die Reifen? Ja, 12%. Das geht sich auf jeden Fall aus über die Distanz. Die Frage ist, ob das schnell genug ist. Aber wir haben jetzt schon einige Plätze gewonnen. Direkt auf der 12. Und ein Mercedes haben wir tatsächlich schon überholt. Haben wir Hamilton jetzt überholt dadurch? Das wäre natürlich sehr, sehr stark. Also entweder Bottas oder Hamilton. Einen von den beiden haben wir jetzt uns geschnappt. Durch diese Tracy-Strategie hier. So, Gasly müsste jetzt wahrscheinlich auch direkt in die Box gehen. Vielleicht kommen wir da direkt schon vorbei. Vorher schon. Dann machen wir kurz einen Prozess. Einmal hochdrehen. Fertes Benzingemisch. Einfach vorbeifahren. Zack, vorbei sind wir. Am Alpha kommen wir auch direkt vorbei. Junge, der Renault, der ist ja krank unterwegs. Außen. Innen. Jawohl. So. Der zweite Mercedes in der Box. Schnellste Runde haben wir. War das die Meisterstrategie? Direkt auf die Haar zu wechseln. Da ist Bottas. Ist es Bottas? Ein Mercedes auf jeden Fall. Magnussen nimmt 5 Sekunden Zeitstrafe. Warum auch immer. Also die Karten stehen gut. Die Karten stehen jetzt sehr gut. Sind jetzt auf Position 5. Magnussen, der ist schon auf dem Medium. Tatsächlich wird das durchgereicht von Quiat. Also komplett durcheinander. Komplettes Chaos hier. Im Pfarrerfeld. Da könnte noch so einiges passieren. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell Bottas oder wer auch immer da ganz vorne ist. Also wenn das Hamilton ist, dann haben wir echt Pech gehabt. Und Grosjean ist raus. Safety Car. Schon wieder. Wenn du übernimmst, reduziert deinen Pfeil. Bleib dein Delta-Nummer positiv, als wir aufrufen. Wieder Safety Car. Okay. Also ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt müssen noch mal ein paar Kandidaten reinfahren in die Box. Jawohl. Die holen sich jetzt wahrscheinlich alle die Hardreifen ab. Let's go. Let's go. Wir sind hinter Bottas. Wo ist Hamilton? Hamilton auf der 4. Dann Riccardo. Wieder. Renault auf 2 und 3. Jetzt dürfen wir es nur nicht versemmeln dieses Mal. Jetzt dürfen wir es nur nicht in den Sand setzen. Das ist die Möglichkeit. Riccardo jetzt vor Hamilton. Wenn Riccardo da vor Hamilton bleibt, dann könnten wir ihm da einige Punkte abluchsen. Und wir müssen das ganz gut taktieren gegen Bottas. Genug Sprit haben wir auf jeden Fall dieses Mal. Die Meisterstrategie. Von 20 auf 2 in 9 Runden. Nein, Chef. Nein, Chef. Wir gehen jetzt nicht auf die Medium. Wir fahren jetzt durch. Und der Safety Car bleibt nochmal eine Runde. Also wir haben echt sehr, sehr viel Safety Car bei diesem Grand Prix. Das ist die Hälfte der Zeit, gefühlt Safety Car. Und Bernd Meiländer entscheidet sich dazu, nochmal eine Runde zu fahren. Ja, Reifen sind echt total kalt. Komm schon. Was macht Bottas? Oh, ganz langsam macht er. Ganz, ganz langsam. Jetzt geht es weiter. Let's go. Let's go. Fettes Benzingemisch. Auf geht's. Oh, Mann. Reifen sind Eisplötze. Aber wir sind immerhin vor Hamilton jetzt gelandet mit der Strategie. Wir haben ihn auch die Hälfte des Rennens zu gehen. Und Bottas schießt richtig davon. Mit seiner Mercedes schießt uns auf und davon. Wir müssen jetzt echt ein bisschen gucken, dass der Motor nicht zu heiß wird, dass wir da keine Performance verlieren. Von Ricci hatte mit dem Radес. Oh, der Bottas ist heftig schnell. Mach es so. nicht vorbei. Es ist der Wahnsinn. Wie kann der Bottas so wegfahren? Man sieht halt direkt, wie krass überlegen der Motor ist. Selbst mit neuen Komponenten des Renault ist es keine Chance, da irgendwie ranzukommen, rein ins TRS zu kommen. Wieder geht es viel zu weit raus. Und Riccardo ist jetzt richtige Blockade für Hamilton. Aber wir versuchen natürlich alles rauszuholen aus dem Auto. 1,5 Sekunden. Wir haben eigentlich noch genug Runden, um das vielleicht irgendwie zu drehen noch. Gutes Benzin managen. Ja, da kommen wir ein bisschen ran, vielleicht. Aber aus den Kuchen raus, die Traktion des Mercedes. Ja, echt, oder? Jeff? Und Hamilton ist vorbeigekommen. Hamilton vorbei an Daniel. Und der holt jetzt wahrscheinlich Stück für Stück auf. Müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie schauen, dass wir die restlichen Runden zumindest vor Hamilton bleiben können. Da ist einfach gar kein Kraut gewachsen gegen diesen Bottas. Er fährt da wie ein Fessel. Da können wir noch so früh aufs Gas treten und den Renault überfahren. Da geht einfach nicht mehr. Wir haben gelb. Ein Williams stellt ab. Müsste Latifi sein, ganz hinten. Ja. Latifi ausgeschieden. Und wieder schon 2,5 Sekunden. So, Hamilton jetzt nur noch auf 2,6. Hamilton auf 2,4 jetzt schon. Also, er holt pro Runde ungefähr eine halbe Sekunde aufgekühlt. Ich glaube, den Sieg, den können wir schon mal vergessen. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Und wir haben wieder den Battle. Wir haben wieder das gleiche Ding. Hamilton will hier noch vorbeigehen. Hat erst das DAS. Wir müssen auf Vett gehen. Wir müssen den zweiten Platz jetzt leider verteidigen. zum Sieg hat es hier nicht gereicht. Aber Vettel, äh, ich meine Hamilton, müssen wir jetzt noch mal irgendwie verteidigen. Junge, es ist ein Kampf gegen die Mercedes. Die sind so überstark. Eine überkrank gemacht. Wir haben 60% auf den Reifen. Wieder kein Sprit mehr. Ja, es könnte gerade so reichen. Ich stelle noch mal auf Mager. Wir müssen auf jeden Fall vor Hamilton ins Ziel kommen. Klappt es dieses Mal? Klappt es dieses Mal, vor Hamilton ins Ziel zu kommen? Schön auf Mager bleiben. Auf dem mageren Gemisch. Bottas wird den nächsten Mercedes-Sieg einfahren. So, jetzt ganz gut schauen. Ganz gut schauen, wie lang der Sprit reicht. Wir hauen noch mal RS raus. Und es sollte eigentlich reichen, um vor Hamilton zu bleiben. Jawohl, das sollte reichen. Es war nicht machbar, den Sieg einzufahren. Aber immerhin vor Hamilton zu bleiben. Und das von Platz 20 aus. Von ganz hinten. Nein, von Platz 19 war es. Nicht ganz hinten. Und wir schaffen es gerade so, Hamilton in die Schranken zu weisen dieses Mal. Junge. Aber dieser Bottas, der war unbesiegbar. Der war heute wirklich auch in einem ganz anderen Niveau. Da müssen wir noch eine ganze Weile arbeiten. Aber immerhin Hamilton besiegt. Also, da sind wir mal wieder auf dem Podium. Aber hat leider zu wenig Punkte gegen Hamilton gemacht. Damit schließen wir quasi das Rennen erfolgreich ab. Von der letzten Startreihe gestartet auf Platz 2. Hamilton wird dritter. Riccardo trotzdem vierter geworden. Also, der Renault läuft auch beim Teamkollegen immer noch super. Und ja, es gab einige DNF jetzt. Vier DNF in diesem Rennen. Und mit diesen Punkten kommen wir halt leider nicht so gut voran. Aber immerhin klauen wir dem Hamilton so ein paar Pünktchen. Auch wenn es immer noch 57 Punkte sind. Ja, und das war es mit diesem Video. Gebt gerne ein Däumchen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Karriere-Rennen wieder bis. Dann haut rein. Ciao, ciao.